Moin Leute, euer Eddie hier. Willkommen zu einer Runde Cassette Beasts. Letzte Folge haben wir die zweite Prüfung gehabt bzw. den zweiten Dings besiegt. So. Die muss ich jetzt da hoch bringen. Das machen wir, indem wir einfach da hinfliegen. Das machen wir ganz schnell. Ich denke mal, wenn die Folge rauskommt, werde ich schon im Diablo-Fieber sein, sage ich jetzt mal. Daher gerne auf meinen Twitch-Kanal gucken. Da werde ich wahrscheinlich das öftere mal abends online sein und Diablo-Zocken mit ein, zwei Kollegen, auch schön hardcore und so weiter. Also, da werdet ihr auf jeden Fall, denke ich mal, abgeholt. Ähm, genau. Dann machen wir mal hier weiter. Ich denke mal, hier komme ich jetzt mit der rein. Okay, willkommen. Das ist gerade rechtzeitig. Ja, rein da. Huh? Rechtzeitig wofür? Äh, sehlos. Schauen wir uns. Etwas genauer haben. Genau. Jetzt müssen wir uns mal hier erkunden. Das ist wahrscheinlich... Kein Lagerfeuer. Okay. So. Okay. Hier unten ist ne Häuschen. Geh ich mal kurz rein. Notiz, äh, die Unterklassen. Ja, hier kommt. Okay, okay. Ja, ich denke mal, jetzt muss ich kurz die Leute hier fighten. Huh? Mach, war die mal zu schreck? Oh, wait, die ist unterleveled. Und wieso hat die den dabei? Och, näöhö. Naja, hellgeil. das wusste ich nicht ist nicht schlimm das wird schon natürlich jetzt sind wir denn jetzt gerade beim team vogel ist da der erste erste heißt du bist da das ist der blitz auch kann ich jetzt aber kurz zurück ja ist mir scheißegal ja kann ich okay gut gott sei dank ich will diesen plastik typen da nicht so dann mach ich mal kurz das hätte wechseln so das habe ich ja letzt mal schon gemacht die stadt die soll level 23 eigentlich viel besser aber ich muss glaube ich mit der anderen dahin der hier ist natürlich jetzt auch echt blöd weil ich habe jetzt die anderen komplett gelevelt ja ich hätte auch mal kurz ich war kurz ausrufen können klapser und ebenfalls ein klapser so und jetzt den schlisch lag und hier weiß das tempo ist auf jeden fall verregert so jetzt beißt man den aber und dann müsste das glaube ich nicht reichen ok schade 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 l Aa schade schade auf schlicht schlicht und jetzt aber den das ist ja ein typ feuerin das ist ja aber kurz den ihr kassette ansehen er nachkampfang der für bessere natürlich der hatte luftangriff und der andere hier der hier nachkampf das ok habe ich sie weggebracht schauen wir mal was da hinten ist ich habe hier alle feuerfliegengefühle ja und da wird der wind überaus wunderbar natürlich bitter wenn er da blitzer tanken kann aber ist ja kein thema für uns der war komplett rein gibt beide vier sterne jetzt machen wir hier irgendwas an kommen wir da wieder hoch hier aber kurz zum lagerfeuer einfach nur zwei monster habe ladebildschirm ist ein bisschen lang meines erachtens aber 17 holz der fall so verwandelt er sich nach kampf angriff erhöht hier hoch zack zack jetzt hier mal links raus easy going freundlich freundlich ist das jetzt nicht komplett weggeschallert darf der denn mal vor mir angreifen alles klar aufstieg akku hat übelst schnell aufgeholt jetzt persönlich ist er anscheinend war es doch was persönlich ist was mich angegriffen das wird das wahrscheinlich öffnen das wird das wahrscheinlich öffnen da präzision sinkt das hätte übelste tank ne ist ja richtig geil das war es da kommt keiner mehr jetzt das ist okay ich brauche euch alle fertig das hat der super der fang ist ja okay jetzt meditierte kredite doch bei der mensch gemacht eine runde oder der mit auskommen aber reicht reicht für den kredite ist auch kurz vor der will ab mit zwölf wird die multizide okay das ist auch nicht schlecht das ist krass so den schlüssel plastik kein stress kein stress feuer feuer ist okay ich hatte nicht die seine fähigkeit gelernt so und weiß ich müsste dann jetzt einmal kurz die truppe hier nochmal neue sortieren den kassette sammlung hinzufügen sticker bearbeiten bei mir ist ja fernkampf eh besser eigentlich sticker anwenden das hier ja wobei ist es nahkampf eigentlich ne aber im verhältnis der menge der verlorenen tp ok element war benutzt eigentlich die trifft ein ganzes team die sind eigentlich schon besser als das hier trifft nur ein ziel ich tue das hier auch ja jetzt tue ich mal raus das wird hier die benutzen so und jetzt kassette ansehen sticker anwenden er wüsst dies das geht kann er nicht aber was könnte denn werden so kampfkampf 20 nahkampf 60 macht aber keinen sinn fernkampf 60 weil ich habe die hier mit nahkampf so kann ich auch verschieben so verschieben mit sprint so handkantenschlag wenn ich auch geil die schalte auch ordentlich rein hab ich eigentlich irgendwas im inventar benutzen wir bei ne das geht nicht ok so sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr wechseln ich glaube ich mach das dann hier so mal und dann gehe ich weiter rein wobei der eine war ja alt ne aber ist ok klapser und let's go kontakt schaden boom der wacht ja mit fernkampf mehr schaden ja gut das war jetzt kleiner overkill aber ist nicht schlimm das ist das wichtige fernkampf nochmal und auch nochmal fernkampf boom boom kann nicht ausweichen ist jetzt aber ein glas typ ouch so machen wir weiter machen wir weiter dann gehen wir mit wobei fernkampf macht glaube ich mehr sinn multi ziel sogar bringt uns natürlich hier gar nichts weil wir nur ein ziel haben das glas typ ist zum also ganz starke glas zerbrechen ok jawohl wer gab es natürlich kacke k auch waren jetzt bin ich gerade so gelandet aber nicht schlimm ich wollte hier noch was was für es war hier so jetzt vorsichtig sag aber jetzt habe ich den shortcut freigeschaltet die verwandlung erst mal angucken oder ich habe ja jetzt den shortcut freigeschaltet wollen das bringt ja auch viel mehr schaden dann ist da war man eine dicke fusion zwischen eis und blitz und dann dann geballert 17 holz jetzt jetzt Aber warte mal, der hat Nahkampfangriff mehr als Fernkampf. Das sieht natürlich cool aus mit seinen USB-Ports da hinten. Wie viele Dings hab ich eigentlich gerade Holz? 500, ja. Gar kein Thema. Wen hab ich vorne? Kassette wechseln. Der braucht echt lange zum Leveln. Finde ich krass. Nur das Publikum bitte ruhig sein. Ja. 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 Der Serpente-Gesel hat uns begeistert, Baby! Okay. Oh nein. Kei-Li-Honey! Kei-Li-Honey! Sorry. Ja. 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 Ich will das ja gar nicht machen. Ja. Das ist ja auch so ne Sache, ne? Ja. Ja. Ich hab' mir vor ich bin wie viel das jetzt kampfgegen ok Du Fennel, warte ich... 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 mich brennt Na gut, dass ich die Fusion gerade ready habe Fennel, wie bin... ok Tja, der wird doch sterben vor dich Ok Hallo, der hat doch noch nicht gemacht Der ist nur Stufe 20 Ne, warte mal... Äh... So war das viel besser Ok, der Damage ist voll ok Kleiner Klaps Ein Apfel, warum also, ja? Der... hält den ersten Schlag hier auf, ne? Apfel genommen und gegessen Ok, Gott meint, ich hätte die wie heilen... Ähm... Autsch Oh nein... Ist ja gestorben... Ich wollte die doch fusillieren Ok, der hat Multi... äh... der hat... Dann nehm' ich den hier Weil der ja Pflanze anscheinend ist Komm, let's go fusillieren, oder? So, Nahkampfangriffe sind jetzt... Komplett gut gegen den... Komplett gut gegen den... Ähm... Die Fernkampfangriffe waren besser... Machen wir den, ja? Ähm... Die Fernkampfangriffe waren besser... Ok, da ist Hälfte Kriegen wir hin, kriegen wir hin So, jetzt mach' ich ganz normalen Klaps, weil das macht ihr kein Damage und ich hieb mich einfach nur Oh nein, ich kriege mal Kann ich auch haben Komm, probier'n wir mal Komm, probier'n wir mal Wie darf der denn so oft alles machen? Ist ja voll und fair Machen wir mal beißen 52, ist okay ok ok ich will jetzt trotzdem beißen, weil ich hoffe, dass ich mich dann trotzdem dadurch heile 3, um 3 hat er mich geblieft was, diesen Tod? ok, das wusste ich nicht aber die sind die letzten 2, die echt stark sind 48 Damage waren das? so, dann machen wir hier trotzdem aber den Doppelklapser nein, nicht den normalen, den Doppel der gibt ihm mal ein bisschen Prügel da okay, okay, das wird langsam so, Doppelklapser und machen wir Handkantenschlag so wenig habe ich nur bekommen frechheit aber nur den Doppelklapser so, das ist so der Doppelklapser darunter der Doppelklapser bei der Doppelklapser Beratet mich gar nicht. Sorry. Das ist seine eigene Schuld. Krass, er ist einfach gestorben. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Aber da ist man ja immer so besiegt, weil er vertrot. Okay. Das ist eine gute Blablabla, okay. Das war ziemlich heftig. Jetzt labert ihr bis hin. Abgeschlossen. Okay, die Beziehungsstufe 2. 10% Stärke. Okay. Aber im Osten, wir sind im Osten. Naja. So. Ich gehe da mal kurz. Kann sich jemand noch verwandeln? Ich glaube nicht. Das sind auch alle, glaube ich, full live, so wie ich das sehe. Da würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Kurz speichern. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.